Erst wenn die Reizgasanlage mit ihrem eigenen Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, erst da wird Gas freigesetzt und vertreibt natürlich oder zwingt den Täter zum Rückzug. Und jetzt kann ich hier auch einen Alarm simulieren und Sie werden hören, wie die akustische Warnung klingt. Lassen Sie sofort den gesicherten Bereich, sonst wird Gas freigesetzt.